Zu Recht war die Stimmungslage jetzt auch bei uns selbst natürlich, gerade nach diesem Bochum-Spiel, weil das für uns schon ein Schock war und auch aus der Kalten kam, dieses Spiel. Aber ich finde, deswegen ist jetzt die Möglichkeit da, in diesem Derby-Spiel, so eine andere Geschichte, unabhängig von der Tabellensituation hast du jetzt, ein emotionales Spiel, hast du eine Riesenmöglichkeit dann einfach auch für dich selbst ein anderes Gefühl zu holen, für den Club, für die Leute, für die Fans. Und das wollen wir ausstrahlen. Klar ist aber auch, dass du einfach ein anderes Gesicht zeigen musst, das, was wir gegen Bochum nicht gut gemacht haben, mit Widerständen umgegangen sind, gerade in der ersten Halbzeit. Und das müssen wir jetzt dann natürlich viel, viel besser machen am Samstag. Mir wisst selbst, es ist eine Mannschaft, die schon lange in ihren Abläufen das schon perfektioniert dann auch, dass sie in der Arbeit gegen den Ball sehr gut ist, im Offensivspiel sehr gut ist. Und für uns einfach gilt es, unsere Lösungsmöglichkeiten auf den Platz zu bekommen, unser Spiel wieder zu finden, das, was wir schon gezeigt haben, die Basics, die Grundtugenden, erstmal die Reihenfolge zu beachten, all das erstmal. Auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, sodass wir auch Stärken haben und dass wir uns jetzt auch nicht verstecken wollen in diesem Spiel und dass wir passiv agieren wollen. Das wisst ihr auch, wie wir Fußball spielen wollen. So selbstbewusst sind wir dennoch, in diesem Stadtderby dann auch zu zeigen, was wir Umschläge haben. Ihr müsst schon die Realitäten sehen und ich muss es ja nicht hundertmal wiederholen. Das ist ja nicht mein Mundstenken. Ich würde mir auch ganz schnell Messi mal kurz holen, aber das wird wahrscheinlich der Gruppe jetzt auch nicht viel helfen. Am Ende des Tages... Ich meine nicht, ob du ein Führungsspieler bist. Ja, genau, ist ein Führungsspieler. Ist ein richtiger Leader, weiß der auch nicht hundertprozentig, dass er ein guter Fußballer ist. Wir überlegen uns natürlich auch bis zum letzten Tag der Transiellperiode, ob irgendwas noch möglich ist. Das werden wir uns überlegen. Und wir werden schauen und wir werden darauf reagieren, vielleicht auf das eine oder andere. Mit unseren Mitteln, die wir haben, die Möglichkeiten, die wir vielleicht noch besitzen. Da müssen wir noch ein bisschen zaubern und dann schauen wir mal, ob vielleicht noch was passiert oder nicht passiert. Aber nochmal, auch egal, wenn ein Spieler kommt, wird es für die Gruppe sein. Und wird es ein Spieler sein, der vielleicht noch eine weitere Option ist. Aber es wird nicht Messias sein. Das ist sicher. Das ist sicher. Untertitelung des ZDF, 2020